Bei der letzten Challenge hat der Michael gegen Sandra verloren beim tierischen Förmchen ausstechen. Und hier ist deine Bestrafung, bitteschön. Es wird sehr eklig. Aber ich sag dir noch nicht, was drin ist. Oh. 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 Leute. Senf. Da essen wir hier Senf mit Marmelade drin. Wie viel muss ich davon essen? Ach so drei Bissen? Drei Bissen solltest du schon essen. Das ist ein bisschen wie bei Dschungelcamp hier. Sandra, du freust dich jetzt, dass du gewonnen hast, oder? Boah. Schmeckst du denn den Senf richtig raus? Oder wie ist das? Also den Senf und die Marmelade auch? Oder was ist da noch drin? Schmeckst du noch irgendwas? Das ist nur Senf. Senf und Marzipan. Senf und Marzipan. Leute. Hm. Das waren drei Bissen. Ja, du tust dir schon so ein bisschen neid. Das hast du sehr gut gemacht. Es war sehr eklig. Allerdings. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, lasst uns doch einen Kommentar da und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann bin ich auf jeden Fall. Vielen Dank.